Hey, warum sind wir die einzigen Tiere, von denen die Scheiße weiß ist? Genau, das wüsste ich auch gern. Echt? Wir fressen doch kein weißes Zeug. Hey, willst du einen guten Tipp haben? Such mal nach den Müllsäcken, auf denen KFC steht. Da ist immer was sauleckeres drin. Alter, da sind Vögel drin. Du frisst andere Vögel. Was? Das ist Vogelfleisch, Alter. Was? Nein. Du frisst Vögel. Oh mein Gott, oh mein Gott.